Herzlich Willkommen zu meinem fünften Video aus der Reihe Karten im Geschichtsunterricht, wo ich die Informationen zum Einsatz von Karten im Geschichtsunterricht geben möchte. Hier geht es jetzt in diesem fünften Video um mögliche Inhalte. Mögliche Inhalte könnten jetzt sein, das Thema der Karte müsste man sich anschauen. Das heißt, was kann ich in der Karte noch finden? Die geopolitische Struktur, das heißt, wo gibt es bestimmte Länder, wo gibt es bestimmte Staaten, welcher Zeitraum wird dargestellt. Handelt es sich um eine Karte, die das 16. Jahrhundert beschreibt oder ist es eine Karte, die zum Beispiel das Ende des Mittelalters darstellt? Oder ist es eine Karte, wo wir Gebirge sehen können, die zum Beispiel eine Rolle spielen? Also ein Zug von Hannibal über die Berge, das ist interessant, dass in Wurk gibt es Täler über die Hannibal zum Beispiel mit seiner Armee gezogen sein könnte. Und andere Detailinformationen. Schauen wir uns konkrete Beispiele dazu an. Hier haben wir eine Karte, die welches Thema hat? Die Feldzüge der Goten. Hier haben wir das Reich der Ostgoten. Hier haben wir einige Züge von Feldzügen, nämlich also Bewegungen von Truppen. Wenn wir uns hier diese Legende hier anschauen, dann haben wir hier zum Beispiel entsprechende Zeichen, die wir dann deuten können. Also hier haben wir das Zeichen für Städte. Hier hätten wir hier Ravenna. Wäre hier dann eine Stadt. In dem Fall ist es hier eben eine Art Hauptstadt, könnte man sagen. Dann haben wir andere Zeichen hier mit unterschiedlichen Einfärbungen und Symbole hier zum Beispiel für entsprechende Schlachten. Also wir wissen hier zum Beispiel, dass wir dieses Zeichen sehen, dass es hier anscheinend dann eine Schlacht gegeben hat. Und wenn wir die Farben hier anschauen, dann können wir hier dann auch schon bestimmte Dinge dann erkennen. Was hier zum Beispiel dann Narses steht hier, bewegt sich. Das ist genau diese Farbe hier. Dass es hier einen Feldzug eben von Narses gegeben hat, hinein dann in dem Fall gegen das Reich der Ostgoten. Und damit ich das eben weiß, brauche ich auch entsprechendes Hintergrundwissen natürlich wie immer. Dann vom Zeitraum können wir sehen, dass hier Jahresangaben gegeben wurden. Und dass hier zum Beispiel steht 552, das heißt, es gab hier im Jahr 552 dann eine Schlacht. Hier sehen wir hier eine violett hinterlegte Zahl, 536. Also dieses Gebiet hier um die Provence, und die Farbe ist ja ähnlich dargestellt wie das Reich der Franken, kam dann anscheinend im Jahr 536 dann zu den Franken dann dazu. Also mögliche Inhalte werden eben dann so ein Zeitpunkt, den wir uns gerade angeschaut haben. Dann die geopolitische Struktur, das heißt, das sind hier diese Staaten, die hier dargestellt werden. Welche Gebiete abhängig zum Beispiel sind, könnte man ebenfalls in manchen Karten dann herauslesen. Dann können wir die Topografie dann betrachten. Also wie Gebirge, Ebene, Meere. Wir sehen hier Meer, wir wissen dann, dass sich, wenn man die Himmelsrichtungen dann zuordnen kann, dass sich hier im Westen von Italien dann das Ligurische Meer hier im Norden befindet, das Thyränische Meer, das Adriatische Meer, und dass das Ganze hier eben das Mittelmeer darstellt. Das wären hier Meere. Und dann wissen wir, wenn wir hier die Topografie hier betrachten, dass es hier eher gebirgige Teile gibt, die dann so dargestellt werden, dass es sich hier dann eher um Ebenenbereiche handelt, und dann hier eher wieder gebirgige Teile darstellen. Und dieses Wissen um die Topografie ist natürlich wesentlich, um dann besser einen Zug von zum Beispiel Truppenteilen oder von Menschen besser einschätzen zu können. Und auch sich dann natürlich Gedanken darüber zu machen, wenn man sagt, ein Volk möchte ein gutes Leben führen, möchte Ackerbau zum Beispiel betreiben, dann ist das weniger möglich jetzt in einem Gebirgenteil, als in einer Ebene wie hier zum Beispiel bei einem Fluss wie dem Po. Dann gibt es weiteres darüber hinaus natürlich Teilinformationen, über die wir vorhin schon zum Teil gesprochen haben, dass wir hier dann durch diese Zeichen dann sehen, wo dann die einzelnen Völker sich bewegt haben und welche Völker sich dann auch bewegt haben und wann sie sich dann bewegt haben. Und das betrifft natürlich nicht nur diese Karte, sondern auch zum Beispiel Entdeckungsfahrten. Dann kommen wir zur Unterscheidung von Karten, nämlich was den Zeitraum betrifft, der dargestellt wird. Es gibt sogenannte statische Karten, die nur einen bestimmten Zeitpunkt darstellen. Also zum Beispiel, wie schaut es in Europa aus genau im Jahr 1914, vor dem Kriegsausbruch, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Dann gibt es dynamische Karten, die einen bestimmten Zeitraum darstellen, also wo mehrere Zeitpunkte dargestellt werden, ein bestimmter zeitlicher Verlauf, wo sich auch Grenzen verschoben haben. Wenn man sich diese Karte hier nochmal anschaut und uns die Frage stellen, ist es eine statische, dynamische Karte, dann können wir hier sehen, dass es mehrere Zeitpunkte gibt. Das heißt, die dargestellt werden, also hier 552 zum Beispiel, 540, es handelt sich hier um eine Darstellung, eine dynamische Karte, weil hier eine Bewegung dargestellt wird, eine Veränderung wird dann dargestellt. Schauen wir uns da ein weiteres Beispiel an, in dem Fall hier jetzt für eine statische Karte. Das hier ist eine Karte, diese Diadochenreiche, also diese Reiche, die die Nachfolger von Alexander, den Großen, beherrscht haben, nach einer bestimmten Schlacht, nämlich bei Ipsos 301 vor Christus. Da haben wir ein bestimmtes Jahr und da werden genau die Grenzen dann, diese Einflussbereiche dann dargestellt. Also steht dann hier zum Beispiel, wenn wir uns die Legende hier anschauen, dieser Karte reicht es Kassandros und dann suchen wir die Farbe und dann sehen wir hier dann bei Makedonian hier diesen Bereich eingezeichnet. Hier eher im westlichen Bereich der Karte. Und dann haben wir hier noch Zusatzinformationen, also das Römische Reich, haben wir hier dargestellt, war dann dementsprechend groß. Wenn ich aber kein Zusatzwissen habe, also kein historisches Hintergrundwissen habe, könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht genau schauen würde, vermuten, das könnte dann ja gleich auch ein Diadochenreich sein. Nein, ich muss genau schauen, dann steht hier Andere. Und dann sieht man auch hier das Reich von Kartago zum Beispiel. Und ich kann da sehr rasch sehen, wo ist denn der größte Bereich? Siloikos zum Beispiel, reicht der Siloikos, macht hier einen besonders großen Bereich hier aus. Also noch einmal statische Karten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann haben wir dynamische Karten, die zeigen eben dann einen Verlauf. Hier haben wir einen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und beschreibt die Perserkriege. Und hier sehen wir die Legende und da können wir dann herauslesen, dass es hier zum Beispiel einen Zug gab, der hier gelb dargestellt wird, von Xerxes zum Beispiel, der hier unterwegs war. Und davor gab es aber schon andere Züge, von Dalis und so weiter. Das heißt, hier werden mehrere Ereignisse über einen längeren Zeitraum dargestellt. Und deswegen handelt es sich hier um eine dynamische Karte. Zum Schluss jetzt mein Verweis noch auf die in diesem Video verwendeten Karten. Und ich verweise dann wiederum auf das nächste Video. Und danke dir für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.